Hallo, Servus da draußen, wie geht's euch? Geht's euch gut? Jetzt kommt der Part, wo du dir sagen musst ja. Ja. Gut. Okay, also, wir sind hier im Tonstudio und es gibt einen Burner, es gibt einen Knaller, es gibt einen Klassiker, es gibt einfach eine Nummer 1 Hit. Und der heißt Ciao For Now und den spiele ich euch exklusiv vor, live aus diesem Hollywood-Studio. So, bereit? Ja. Sehr gut. Muss ich noch einstellen? Aber ich singe live, nicht playback. Nicht, dass ihr jetzt da... Okay, ready? Ciao For Now. I promise amore mio. And I'll be back to see you. Ciao For Now. Ciao For Now. Ciao For Now. Oh, everything was standing. Your lips were sweet as candy. Ciao For Now. Ciao For Now. Ciao For Now. So, das war's also. Das wird der neue Nummer 1 Hit. Wann auch immer der rauskommt, ich weiß es nicht, sehr bald wahrscheinlich. Schöne Grüße. Ich brauch jetzt erst einen Schluck. Ciao For Now. So, wir.... Also, ich weiß es nicht, lassen wir noch mal etwas hinladen.